Hallo, mein Name ist Katja Amberg. Ich bin Hypnose-Therapeutin, Paar-Therapeutin und Mental-Coach. Herzlich Willkommen bei einem neuen kostenlosen Video. Ein Video, was dir helfen soll, was dich weiterbringen soll, was dir die Augen öffnen soll und auch ein Video, was dir gut tun soll. Für mich ist es ein Anliegen hier auf meinem Kanal, dass ich auf der einen Seite Dinge erkläre, Zusammenhänge erkläre, vor allem die toxischen, narzisstischen Beziehungen erkläre, wie und warum das zustande kommt und wie du rauskommst. Mir geht es vor allem aber um Lösungen. Es geht mir darum, dass du dich nach diesem Video besser fühlst, dass du dich aufgeladen fühlst, verstanden fühlst, dass du weißt, was zu tun ist. Denn wenn es dir jetzt nicht gut geht, dann ist das jetzt einfach der aktuelle Stand. Es ist einfach der aktuelle Stand, den du aber verändern kannst. Auch wenn es sich überhaupt nicht so anfühlt im Moment für dich und du das Gefühl hast, du bist da gefangen und du kommst nicht raus und andere haben Macht über dich. Das ist nicht die Wahrheit. Du kommst da raus, weil du der Gestalter deines Lebens bist. Und wie du das natürlich machen, umsetzen kannst, da kläre ich in den Videos auf, habe deswegen auch den Videokurs Raus aus toxischen Beziehungen, hin zur Liebe, die vielen Selbsthypnosen, die Tools, die ich auf meiner Website Leben ohne Leiden.de anbiete. Also guck da mal im Shop vorbei. Das war mir erstmal nochmal wichtig zu sagen. Also du sollst dich gut fühlen, dich soll es bereichern. Und wenn dir meine Videos nicht gefallen oder nichts geben, dann schau doch. Bei YouTube gibt es so, so viele tolle bereichernde Videos. Für jeden ist was anderes passend und such dir einfach das raus, was für dich genau stimmig ist. Ja, also wirklich da auch das Gefühl, das Bauchgefühl entscheiden lassen. Gut, kommen wir zum Thema für heute. Das Thema ist, er hat mir so viel angetan. Und da du ja weißt, dass ich eben vor allem mit Betroffenen arbeite, die aus hochnarzistischen, leidvollen Beziehungen kommen oder noch drinstecken, ist mir natürlich klar, dass dieses, er hat mir so viel angetan, also über das normale Maß einer Beziehung darüber hinaus geht, die vielleicht anderweitig nicht nährend und gut für dich ist. Ja, also da sprechen wir ja nicht nur von Betrug oder Lügen, sondern wirklich von Verletzungen, von Manipulationen und so weiter. Und in vielen anderen Videos, ich kann nicht immer auf das Gleiche eingehen, das würde dich auf der einen Seite langweilen, auf der anderen Seite kann ich dann gar nicht so gezielt darauf eingehen, gibt es natürlich da Zusammenhänge, warum das so ist, warum der andere das so macht und warum du überhaupt in dieser Beziehung gelandet bist. Falls du das jetzt noch nicht weißt, vielleicht nochmal andere Videos zur Ergänzung dann anschauen. Das heißt, wir sprechen wirklich von heftigen Verletzungen. Ich meine jetzt nicht so von körperlicher Gewalt unbedingt, aber von sehr, sehr harter psychischer Gewalt. Und die ist meines Erachtens genauso schlimm wie körperliche Gewalt, manchmal sogar schon noch schlimmer, weil man die blauen Flecken nicht sieht. Man sieht es nicht, man kann es nicht greifen, wo eben da auch die Wahrnehmung so gestört ist, auch in oder nach diesen Beziehungen. Aber wenn wir jetzt zusammenfassen, dieses Er hat mir so viel angetan, dann ist natürlich am Anfang Entsetzen und Wut und Hassgefühle und Rachegefühle. Und das ist natürlich total normal. Und das muss auch raus. Und das muss auch mitgeteilt werden. Ja, entweder einer guten Freundin oder einem Therapeuten, der dich dabei unterstützt. Auf welche Weise du das auch verarbeitest, ist es wichtig, diese Phase zu haben. Von Wut, von Hass, von Verachtung, von Rachegefühlen, von all dem, wo man ja immer sagt, oh Gott, das ist schlecht, das darfst du nicht. Nein, das gehört dazu. Und das ist nicht so, dass du das nicht darfst, weil natürlich auch Fragen kommen, oh Gott, wenn ich jetzt durch das Gesetz der Anziehung, habe ich so viel Hass und Wut rausgebracht, das kommt ja dann wieder zu mir zurück. Man muss das tatsächlich unterscheiden. Denn diese Gefühle sind wichtig, die zeigen dir doch an, dass da etwas geschehen ist, was dich verletzt hat, was über deine Grenzen drüber ging, was absolute No-Go's sind, was auch dein Leben bedroht hat. Ja, also diese narzisstischen, hochtoxischen Beziehungen sind ja wirklich auch gefährlich für dich und dein Leben. Das ist einfach so. Und dann ist doch klar, dass in dir das alles rebelliert und Wut und Hass und Ohnmacht und das alles raufkommt. Das ist ganz, ganz wichtig, das auch zu fühlen. Denn wenn du diese Gefühle wegdrückst und unterdrückst, ist das genauso wie mit Angst und allen anderen Gefühlen. Die sammeln sich an, das sind Energieblockaden in deinem Körper und die verursachen noch schlimmere psychische Störungen. Also das wird dann einfach chronisch. Oder auch der Körper reagiert. Also von daher ist es total wichtig. Aber, jetzt kommt dieses Aber. Wenn du diese Phase durchläufst, also diese erste Phase ist nun mal diese Wut, Hass, Ohnmachtsphase, Lähmungsphase, da können sich auch verschiedene Gefühle abwechseln. Eben auch diese Gedanken, auch dieses Selbstbemitleiden ist auch eine Phase am Anfang, ja, wo man sich selber so leid tut und denkt, oh, ich bin so schlecht dran und warum immer ich und warum immer wird auf mir rumgetrampelt und so weiter und so fort. Und das ist am Anfang vollkommen in Ordnung. Also gönne dir diese Jammerphase, diese Wutphase, diese Hassphase und geh durch diese Gefühle durch. Geh konstruktiv durch die Gefühle durch. Ein Gefühl bewusst konstruktiv fühlen und auflösen heißt nicht jemanden anschreien, heißt nicht durch die Wohnung wüten, heißt nicht mit dem Kopf gegen die Wand schlagen, heißt für mich auch nicht in den Wald schreien oder drei Stunden joggen gehen. Das sind alles Maßnahmen, die sicherlich helfen. Und meinetwegen, wenn du meinst, dass du das machen musst, dann mach es. Aber es löst nicht wirklich das Gefühl auf. Das im Moment entlädt sich das und das ist aber trotzdem noch da, weil es wird immer und immer wieder kommen, weil auch dein Gefühl spürt, auch wenn es jetzt merkwürdig klingt, dein Gefühl merkt, die will mich ja nur wegmachen, die will mich ja gar nicht wirklich haben. Also wirklich diese Gefühle fühlen, annehmen als Teile von dir selbst. Wut, Hass, Rache, Gelüste, sonst was sind alles menschliche Gefühle. Die haben wir alle und die sind in dem Sinne nicht zu verteufeln. Die sind nur dann zu verteufeln, wenn sie wieder und wieder bewusst erzeugt werden. Und man bewusst weiß, ich möchte jetzt dem schaden oder ich hasse den und ich will den jetzt hassen. Das sind ganz andere Dinge. Da muss man gucken, was für Glaubenssätze dahinter stehen. Aber diese Gefühle aufgrund von Grenzüberschreitungen, Verletzungen und einer Lebensbedrohung sind verdammt wichtige Gefühle, die du führen musst, die zu dir gehören und die du annehmen solltest, damit sie sich lösen und transformieren können. Sie transformieren sich, wenn du es annimmst. Das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. Aber die Wiederholung, dadurch speichert es sich auch immer weiter ein. Aber in diesem Video möchte ich auch noch auf etwas ganz anderes kommen. Nämlich darauf, dass wenn du diese Gefühle wirklich durchführst und das immer und immer wieder machst und das ist nicht eine Sache von, ich mache das mal einmal oder ich mache einmal diese Anwendung, jetzt die du zum Beispiel runterladen kannst. Das ist etwas, was du immer und immer wieder machen solltest. Das ist Seelenpflege. Ja, auch ich, ich habe heute keine gravierenden Probleme mehr zum Glück. Aber auch ich mache jeden Tag Seelenpflege. Ich gucke, was habe ich für Gefühle, was habe ich für Gedanken. Balanciere mich immer wieder aus. Gucke, dass ich in meiner Mitte bleibe. Weil das Leben ist nie starr. Es kommen immer wieder neue Herausforderungen, wo man schaut, dass man in der Balance bleibt. Man sagt ja auch, ich bin in meiner Mitte. Das heißt, du bist in deiner Mitte. Das ist aber nie was Starres, sondern das ist immer ein bewegendes, eine bewegende, wie soll ich jetzt sagen? Es ist wie im Flow, sagen wir mal so. Es ist eine Bewegung, es ist wie im Flow und ein Flow ist nie starr. Und wenn du im Flow bist, tarierst du und regulierst du alles, was kommt immer wieder aus. Und mach es dir einfach zur Gewohnheit. So, und jetzt komme ich aber trotzdem nochmal auf diesen Punkt, wo ich eigentlich hinaus will. Dass du weißt, dieses Gefühle durchführen und dieses Jammern, Klagen über das, was geschehen ist, ist wichtig. Das darfst du. Das verurteile ich nicht. Aber es muss irgendwann aufhören. Es muss irgendwann aufhören. Und pass bitte auf, dass du dich nicht reinjammerst. Dass du dich nicht reinweinst. Dass du nicht da wie in deiner narzisstischen Beziehung im Teufelskreis kommst. Dass du da wieder in so eine Endlosschleife kommst. Indem du dich wieder und wieder und wieder mit all diesem negativen Müll beschäftigst. Mit dem, was er dir angetan hat. Dass du nicht wieder und wieder, immer wieder auch Videos guckst, wo das geschürt wird. Wo der Hass geschürt wird. Wo die Ohnmacht geschürt wird. Wo der Schmerz geschürt wird. Was dir alles angetan wurde. Das ist nicht zielführend. Das ist am Anfang wichtig, um aufzuwachen. Um klar zu schauen. Um zu erkennen, uh, was ist mit mir geschehen. Um aufzustehen und was zu verändern. Natürlich auch, um durch diese Jammer-Wut-Phase durchzugehen. Aber dann aufstehen. Dann aufhören damit. Du merkst gar nicht, wie schnell du in der Schleife bist. Wie du ein Video nach den anderen guckst. Das ist schlimm, das ist schlimm. Und Selbsthilfegruppen können was ganz Tolles, Nährendes sein. Aber sie können eben auch nicht gerade sehr konstruktiv sein. Weil da eben auch viele Menschen sich tummeln können, die wieder und wieder ihr Leid erzählen. Und wieder und wieder zieht es dich runter und erinnert dich an deinen Schmerz. Das heißt, nach der Jammer-Phase aufstehen. Aufhören. Dich auf das Positive wieder fokussieren. Dir motivierende Videos anzuschauen. Videos, die dich aufbauen. Die dir ein neues Ziel vor Augen halten. Die Energie geben. Du spürst mal, egal ob du ein Video schaust, ob du einen Film schaust, ob du ein Buch liest. Wie fühlst du dich danach? Fühlst du dich ausgelaubt? Kommt wieder Wut hoch und fühlst dich einfach scheiße? Bist energetisch unten? Oder bist du einfach bereichert von positiven Worten? Von Hoffnung, von Ideen, von Impulsen, die du jetzt brauchst, um aufzustehen. Loszugehen. Steh auf. Es kann, nur du kannst aufstehen. Ich kann dir die Hand reichen. Ich kann dir die Hand reichen. Aber aufstehen musst du selber. Ich kann dich auch nicht tragen. Niemand kann das. Aber du kannst doch aufstehen. Und das ist so, ich gebe mal so einen Vergleich, mal so ein Beispiel. Ich weiß nicht, ob du Kinder hast oder vielleicht beobachtest du manchmal kleine Kinder, wenn die hinfallen und sich wehtun. Dann ist klar, dann tut es weh und dann weinen die und weinen. Und manche Kinder weinen nur kurz und ah, dann ist wieder was Neues interessant und zack, zack, vergessen. Andere stehen gleich auf und laufen weiter, weil sie gelernt haben, dass man mit Schmerz nicht die Aufmerksamkeit braucht. Also durch den Schmerz und durch das Weinen. Das machen ja Kinder oft auch unbewusst, um Aufmerksamkeit zu bekommen, obwohl es gar nicht so wehtut. Und dann gibt es eben auch Kinder, die fallen hin und weinen und weinen und weinen. Und noch nach einer halben Stunde wird geweint und geweint und geweint und geweint. Und es wird eigentlich noch viel, viel schlimmer. Und die Mutter denkt, ja Mensch, so schlimm war doch jetzt die Verletzung gar nicht. Um Gottes Willen, was ist denn hier? Das ist doch gar nicht. Du siehst nicht mal irgendeinen Kratzer auf dem Knie. Dann blutet es nicht mal. Und das ist dieser Effekt, wenn das Kind sich reinweint. Wenn das Kind sich reinsteigert. Reinsteigert in diesen Schmerz. Aber, aber, das war doch so schlimm. Und aber, aber und da, da, da. Und dann hilft es, wenn man bei dem Kind, zu dem Kind sagt, so und jetzt ist gut, jetzt ist gut. Hallo, aufwachen, es ist gut, es ist vorbei. Du hast dich vielleicht verletzt, aber das heilt wieder. Und jetzt aufstehen, weitergehen, Fokus. Guck mal, dort ist ein anderes Spielzeug. Dort, wir machen jetzt das. Und wir schauen jetzt, wie es weitergeht. Und wenn du das mit dem Kind machst, auf eine liebevolle Art, hallo, hallo, aufwachen, es ist gut. Dann wird das Kind so, uh, erst mal aufwachen, so wie, äh, ach so, ja, Mensch, ich habe mich ja jetzt hier reingeweint. Und genauso möchte ich dich gern aufwecken. Ja, und es ist okay und es ist wichtig, das mitzuteilen, das rauszulassen. Es sind auch gerne Kommentare willkommen, wo du mir das alles beschreibst, was dir angetan wurde. Wenn du es nochmal rauslassen musst, lass es raus. Aber irgendwann muss das Schluss sein, muss das letzte Mal sein. Da sage ich zu dir, aufwachen, aufstehen. Hallo, du hast es überlebt. Es ist vorbei. Und es ist wichtig, was geschehen ist. Auch wenn du jetzt denkst, Mensch, diesen Typen, den will ich in die Hölle fahren lassen. Oder diese Frau, die schießt sich auf den Mond und die soll da verrecken jetzt im Moment. Alles nachvollziehbare Gedanken bei Verletzungen. Aber es wird dich weiter in diesem Schmerz drin halten. Es bringt dir überhaupt nichts. Und du verschließt dich dann, das Geschenk darin zu sehen. Nämlich das Geschenk, dass du durch diesen Menschen, der dich so ab und tief verletzt, der dich tritt, der auf dir rumtrampelt, der dein Herz rausgerissen hat, in tausend Stücke zerrissen hat, nur gekommen ist, damit du die Chance hast, endlich deinen alten Wunden zu heilen. Denn wenn es nicht weh tut, bewegen wir Menschen uns nicht. Wenn es nicht so richtig, richtig weh tut, machen wir nichts. So ist der Mensch. Der Mensch, oh, das geht schon, geht schon noch. Und man versucht, Schmerz zu vermeiden. Dann mache ich das nicht und das nicht. Aber dein inneres System, dein Herz, deine Seele, dein Unterbewusstsein schreit nach Heilung. Das will Heilung. Heilung ist Ganzheit. Das will wieder im Gleichgewicht sein. Jetzt ist die Schieflage. Und alles in dir strebt nach Ausgleich. Und wenn du dieses Signal nicht gehört hast, das nicht gehört hast, den Burnout nicht, die schon toxische Beziehung vorher nicht, das Mobbing am Arbeitsplatz, körperliche Dinge, die dir immer wieder gezeigt haben, das, was nicht im Gleichgewicht ist, dann muss das Leben dir eben so einen Menschen schicken. Und der weiß das natürlich nicht, dass er dein Arschengel ist und dein Personal Trainer. Aber es ist so, es ist ein Riesengeschenk. Und du hast die Kraft aufzustehen. Du kannst es, du schaffst es. Hey, ich habe es auch geschafft. Und ganz, ganz viele andere Menschen haben es auch geschafft. Ganz viele Klienten von mir. Ich sehe es an den Gesichtern von den Klienten, die zu mir kommen. Ich sage immer wieder, ich müsste vorher, nachher Fotos machen. Es ist ein Strahlen in den Augen, was zurückkommt. Es ist eine Ruhe da. Die Art zu sprechen hat sich verändert. Die Art, die Welt zu sehen, das ist wie, als wenn du eine viel zu starke Brille aufhattest und die abnimmst und plötzlich siehst, das ist ja die Welt, in der ich lebe. Und dazu lade ich dich herzlich ein und dazu möchte ich dich motivieren und dich aufwecken. Also, du hast viel durchgemacht, ja, und es war schmerzhaft. Nimm dir eine Jammerzeit, dass es erlaubt, aber dann aufstehen, weitergehen. Nur du kannst es. Du schaffst es. Es ist eigentlich, es steht und fällt mit deiner Entscheidung, wenn du sagst, ach, ich schaffe das sowieso nicht. Dann hast du diesen Gedanken kreiert. Du hast ihn kreiert. Und niemand anders, niemand anders hat es in dein Gehirn reingepflanzt. Und viele, viele haben es auch geschafft, die es nicht gedacht hätten. Aber da war ein Teil in diesen Menschen, der gesagt hat, ich will, ich will frei werden. Ich weiß zwar nicht, wie, weil mein ganzes Leben war bisher totales Chaos, aber es ist nie zu spät für ein glückliches Leben. Und du bist die Gestalterin und der Gestalter deines Lebens. Du kreierst deine Gedanken. Gedanken kreieren Gefühle. Also kreiere neue Gedanken. Gedanken, ja, ich schaffe das. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber ich will es schaffen. Und deine Entscheidung hat so eine energetische Kraft und Macht, was du dir heute noch gar nicht vorstellen kannst. Okay? Gut. Ja, ich hoffe, ich konnte dir wieder damit weiterhelfen. Und fühle jetzt mal, wie es dir geht nach diesem Video, wie du dich fühlst. Welche neuen Gedanken aufsteigen, welche neuen Gedanken aufsteigen. Es ist mir zeitlich wirklich nicht möglich, auf alles zu antworten. Aber ich lese jeden Kommentar. Und ich finde es ganz, ganz wundervoll. Also lasst es euch gut gehen. Lasst es dir gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Und jeder Tag ist ein Geschenk. Tschüss.